Ich mach mal mein zweites Klee weg Der Stürmer sagt zum Trainer, Trainer, ich triff das Tor nicht Der Trainer sagt zum Stürmer, Stürmer, du triffst den Ball nicht Nee, nee, das muss aber an uns bleiben Dann sagt der Trainer, das ist ein Ball Der Stürmer sagt, kann ich den nochmal sehen? Und der Trainer sagt, als erstes Anlaufen, Augen schließen, Hymne singen, Abziehen Und dann gucken, was der Ball macht Denn nach links ist alles in Ordnung Roller nach rechts ist alles schlimm Nur wenn der ganz ruhig liegen bleibt Da ist der Wurm drin Da ist der Wurm drin Schwester sagt zu Doktor, Doktor, ist die Kind, die sagt nichts Der Doktor sagt zu Schwester, Schwester, das macht nichts Nee, nee, muss aber an uns bleiben Dann sagt der Doktor, das ist nicht Spritz Die Schwester sagt, die Schwester sagt, könnt ihr nochmal sehen? Dann sagt der Doktor, als erstes Hosehund, der Seifersinn desinfiziert und dann Hinein Hinein Roller nach links ist alles in Ordnung Roller nach rechts ist auch nicht so schlimm Nur wenn der ganz ruhig liegen bleibt Da ist der Wurm drin Da ist der Wurm drin Der Kettele sagt zu Meister, Meister, ist da Strom drin? Der Meister sagt zu den Gesellen Das weiß ich nicht Hä? Hä? Muss aber unter uns bleiben Da sagt der Meister, das ist ein Brat Der Geselle sagt Kann ich den mal anfassen? Nein Als erstes Lehrling rufen, dann die Geselle und dann die Hand Und dann einschalten Roller nach links ist alles in Ordnung Roller nach rechts ist auch nicht so schlimm Man wird mir warm Nur wenn der ganz ruhig liegen bleibt Da ist der Strom drin Dann ist der Wurm drin Ei 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 Dankeschön